Bericht, Bayern-Stars sprechen sich für Tuchel Verbleib aus Teile diesen Artikel Artikelbild, Bericht, Bayern-Stars sprechen sich für einen Verbleib Tuchels aus Die Suche nach einem Trainer für den deutschen Rekordmeister gestaltet sich weiterhin schwierig. Nach Xabi Alonso und Julian Nagelsmann lehnte Ralf Rangnick überraschend die Bayern ab. Bitte beachten Sie, dass Roberto de Zerbi und Roger Schmidt nicht teilnehmen können. An der Säbener Straße werden derzeit verschiedene Optionen diskutiert. Kürzlich zeichnete sich ab, dass Thomas Tuchel über den Sommer hinaus beim Verein bleiben könnte. Obwohl die Bayern-Führung dieses Szenario dementiert hat, sind die Starspüle des FCB offensichtlich aufgeschlossen gegenüber dieser Idee. Sky berichtet, dass sich Thomas Tuchel unter Umständen vorstellen kann, Rekordmeister zu bleiben. Die jüngsten Vorwürfe des Bayern-Metzins Uli Höhne machen dieses Szenario nicht unbedingt wahrscheinlicher, eine weitere Zusammenarbeit ist jedoch nicht ausgeschlossen. Allerdings haben die Verantwortlichen der Säbener Straße, wie Präsident Herbert Heiner am Samstag betonte, kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen einen guten Trainer vorstellen werden. Müssen wir abwarten, was passiert, sagte er am Samstag. Auch Sportdirektor Christoph Freund sagte, es bestehe keine Chance, dass Tuchel bleibe. Es stimmt zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Interessanterweise haben, wie die Zeitung Sky berichtet, Schlüsselspieler der Rekordmannschaft, darunter Torwart und Kapitän Manuel Neuer, ihre Unterstützung für einen Verbleib Tuchels zum Ausdruck gebracht. Kai Reporterin Kelly Howe sagte, zwischen der Mannschaft und dem Trainer stimmt etwas und es herrscht jetzt Harmonie. Und das sieht man auf dem Platz. Das war nicht unbedingt der Fall. Er verschaffte sich Zugang zum Team und das Team lernte ihn besser kennen. Peter Gui rückt in den Fokus der Bayern. Bayern-Verantwortliche erklärten zudem, dass es nach den Absagen von Alonso Nagelsmann und Trangnick keinen besseren Trainer als Tuchel geben könne. Wenn sie die Namen nachschlagen, welcher ist besser? Die Bayern-Führung muss diese Frage beantworten. Neuesten Berichten zufolge ist Julian Lobb-Petegui derzeit der wahrscheinlichste Kandidat. Wie Bild berichtet, hat das Münchner Unternehmen den 57-jährigen Spanier bereits interviewt. Derzeit gibt es hier keine Vereine.